Dr. Lena Schubeck ist Tierärztin und hat sich auf das Thema Zahnheilkunde und Chiropraxis bei Pferden spezialisiert. In diesem Video erklärt sie, wie sich die Zähne im Laufe eines Pferdelebens verändern, welche Auswirkungen das hat und was man als Pferdebesitzer über die Zahnentwicklung seines Pferdes wissen sollte. Wenn so ein Pferd aufwächst, von jung bis alt, wie entwickelt sich das? Wo entstehen Problematiken, in welchem Alter?